Jo, Leute! Willkommen zurück bei Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Randy hier und wenn das Spiel jetzt nochmal ganze 26 Jahre fürs Laden brauche, werfe ich meine Flasche gegen den Fernseher, aber er braucht es nicht. Einen kurzen Schluck Apfelschorle genommen. Ich verstehe nicht. Die Protoss werden mir das, was ich hier getan habe, niemals verzeihen. Selbst wenn meine Rückverwandlung ihre Angst vor mir gelindert hat. Nun, ich habe ihnen neue Gründe gegeben, mich zu fürchten. Aber ich werde nicht darauf warten, dass sie zu mir kommen. Ich werde zuerst zuschlagen. Natürlich, Kerrigan. Der Leviathan ist in der Lage, uns auf deinen Befehl hin zu einem anderen Planeten zu bringen. Geschafft! Die Goldene Armada wird niemals erfahren, dass wir hier waren. Ich bin froh, dass diese Protoss nicht länger an Bord des Leviathans ist. Ihre psionische Präsenz war verunruhigend. Sie ist ehrenvoll gestorben. Beim Versuch, ihr Volk zu retten. Warum interessiert es dich, wie die Protoss gestorben ist? Ich töte jeden, der sich mir in den Weg stellt. Das bedeutet nicht, dass es mir Spaß machen muss. Selbst bei Arcturus Mengsk, meine Königin, wird dir sein Tod keine Benuttuung bereiten? Halt den Mund, Isha. Ja, ja. Halt den Mund, Isha. Halt den Mund. Parasit im Protoss wirdskörder eingesetzt. Ja, was ist damit? Der Wissen. Unorthodoxes Denken. Protoss liegt infizierbar. Aber es wird für Fremdkörper geeignet. Urspuren für Parasit unbekannt. Ich habe ihn erschaffen, Abatur. Du bist nicht der Einzige, der Sequenzen leben kann. Hm. Offenbarung. Wir werden weiterarbeiten. Eieieiei, Abatur. Was haben wir denn für eine? Schadenwattung bereit für Anpassung. Forschungseinrichtung der Protoss entdeckt. Dautige Experimente nützlich für Weiterentwicklung des Schwarz. Muss erlernen. Eieiei, Abatur. Halt den Mund. Erklär mir einfach, was das ist. Ohne groß irgendeine Scheiße von ihr zu geben. Ja, 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 yeah, you make me feel like, lalalalala. You make me feel like, lalalalala. Oh, ich bin gut drauf, Leute. Auch wenn das Wetter hier etwas beschissener ist, als ich es mir, also eigentlich beschissener, als ich es mir hätte vorstellen können. Es ist wechselhaft ohne Ende, ein paar Stunden lang bewölkt, dann ein paar Stunden lang die Sonne, dann hat man einen Tag 20 Grad, dann hat man einen Tag 7 Grad, morgens wollen wir gar nicht davon reden, abends brauchen wir auch nicht reden, dann schüttet's mal und dann mal nicht und dann, eieieieiei, you make me feel like, eieieieiei. Eieieieiei. Nun, warum lassen wir ihn da nicht raus zum Spielen? Ha! Ha! Jetzt müssen wir ein bisschen Micro beweisen. Ja! Na, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Lass die Schaflinge den Feind zuerst angreifen. Oh, ist das Wunder. Bisschen Micro beweisen hier. Ja! Ja! Kein Stress also für uns. Das wäre schon eine nützliche Errungenschaft, dieses Schaben. Das wäre... Das wäre schon echt not evil, not evil. Planet Milus 4. Umgebung für Steuerung von Evolution genutzt. Mikrobische Organismen pflanzen sich in Teichen fort. Generationen von Schaben befohlen zu verschlingen, weil Mehrheit, Organe versagen, sterben. Überlebende angepasst. Symbiotische Beziehung zu Mikroben gebildet. Neue Gatton. Säureschabe. Bereit für Befehle. Ich spüre Potos in der Nähe. Testen wir diese neuen Schaben im Kampf. Natürlich. der Gebergremdenushalt. Dня Gatton endet säureschabe, der rad Und fonctionne der Speichel immer Zelt. 長 stabilizationилась, während langsam aangriffen lang sord. Firste. Ha 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 My crow Nein Ach ich hab kein micro Leute Scheiß drauf Heilt euch mal Je magen Ha 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 He 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 Ha 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 Die zweite Schabe gefällt mir nicht Wir machen direkt das erste War eigentlich ganz klar Von Anfang an direkt Was ich die nehmen werde Soll ich das als Evolutionsmission durchgehen lassen? Wäre zwar fast schon gemein Aber Ja das werde ich machen Wir sehen uns beim nächsten Mal 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 Vielen Dank.